Yo! Doom 3 Resurrection of Evil, das Add-on, was ich schon vor so langer Zeit versprochen hatte. Ähm, jetzt mit dem dritten Part. Wir haben unser Artefakt aktiviert im letzten Teil. Ähm, haben den ersten Boss besiegt. Und ja, wir können mit diesem Artefakt, äh, ja. Leichen zum Verschwinden bringen. Also das Artefakt saugt quasi irgendwie die Energie aus Toten, löst sie auf. Achso, kann ich nur dreimal. Das leuchtet da unten dreimal, ja. Ähm, und dann ist es irgendwie voller Power. Und damit kann ich jetzt irgendwas machen. Ich will es aber noch nicht einsetzen. Ich frage mich allerdings, warum ich das so früh schon gekriegt habe, weil das Soul Cube kam ja erst viel später. Ah, natürlich. Jetzt fällt's ein Hübe. Ja, okay. Wo ich das hier sehe. Ähm, und zwar... Wow! Fuck! Fuck! Fuck, fuck, fuck! Ich hab Scheiße gebaut. Und... Wow! Sehr gut. Los! Lös ihn auf! Lös ihn auf, Schlampe! Sekt. So, ähm, ich weiß nicht, ob man das eben richtig gesehen hat. Ich denke schon, aber... Ähm, wir können die Zeit verlangsamen. Ja, ich hab... Ich weiß nämlich gar nicht mehr richtig, was das Ding alles macht. Jetzt! Oh, nein! Verdammt, schon wieder! Also, ich müsste es... Jetzt müsste ich es aktivieren. Und dann könnte ich durchrennen. So, Zeit ist verlangsamt. Da ist ein Soldat. Den haben wir mal eben schnell fertig gemacht. Ja. Also, zum einen sehen wir, es gibt wieder menschliche Gegner. Zum anderen sehen wir, dieses Artefakt hat richtig Wumms, hat richtig Power, ist richtig geil. Ähm... Und, ja, ist neben dem Grabber echt eine schöne neue Sache. Hier im Add-on. Ist hier noch eine Leiche? Nee. Gut. Dann nehmen wir mal hier die Power Cell. Speichern. Oh! Oh! Gerade noch geschafft. Das hätte man, glaube ich, auch mit dem Artefakt machen müssen, sonst. Aber ich bin ja gut. Und... Hey, du Schwein! Hey, du Schwein! Da wirft ihr den einfach aus dem Fenster. Klärt das, glaube ich, jetzt aber auch. Scheiße, gut. Dann... Schiebe ich dich mal hier weg. Aber hier ist ja nichts. Also kann ich einfach weitergehen. Schiebe ich euch auch mal weg. Okay, dann nehme ich halt den Grabber. Weil der ja so cool ist. Nein, nicht den. So, zack, 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 zack. Speichern und los! Kommt her, ihr Spacken! Oh, das war schnell. Boah, was war das denn? Da kam was raus. Ich frage mich, warum hier noch alles aktiviert ist. Es ist doch... Jahre später. Oh, damn. Schau! Okay. Okay, okay, okay. Und zack und bam! Tot bist du! Das ist ehrlich ein bisschen... komisch. Oh, 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 Soldaten. Da. Na komm. So. Ich will jetzt hier nicht bei jeder Kleinigkeit das Artefakt benutzen. Damit werde ich... Damit werde ich sehr... sparsam sein. Genauso natürlich mit meiner Munition. Beziehungsweise, ich werde nicht gleich die Hammerwaffen benutzen. Nur ist meine Pistolen-Munition ja jetzt alle. Deswegen... geht's an die Shotgun. Oh! Fuck! Dich hab ich gar nicht gesehen. Beziehungsweise, ich hab's nicht gesehen, aber... aber gerade noch rechtzeitig. So, auflutschen kann ich euch grad nicht. Digga! Machst du mich an, oder was? Okay. Okay, ich weiß, was hier abgeht. Okay. Nein! Ach, hinter mir auch noch! Mensch, ich denke, ich kann hier jetzt voll cool, äh, sagen... Ja, kommt mal ran, ne! Ich mach euch hier mit meinem Grabber fertig. Wow! Ja, und du musst jetzt noch springen! Weißt du... Nee, ehrlich nicht! Verdammt, wie! Warum kam der von hinten? Äh, 516. Sehr schön! Da liegt ein PDA, das brauch ich bestimmt. Da muss ich irgendwie hinkommen. Irgendwie! Huhu! Klii! Okay, jetzt geht mir schon einen Tick zu weit. Also, will ich erst mal gucken, was hier ist. Nichts. Rein gar nichts! Ist dort. Geh auf. Sag mal. Glaub ich das? Ja, komm, mich jubelig. Nein, dich will ich gar nicht, Mensch. Pistolemunition hab ich immer noch nicht. Okay. Oh, oh, whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, okay. Bullet Time! Max Payne! Whoa! Whoa! Wo ist noch einer? Hä, hä, hä? Da ist noch einer! Whoa! Haha, ich bin King! Das könnt ihr nicht, ne? Ich bin halt der Einzige, der sowas drauf hat. Weil ich auch der Held hier bin im Spiel. Oh, Rätsel! Hm, was machen wir denn da? Was machen wir denn mit Kisten, auf die wir nicht raufspringen können? Wir nehmen uns auch einfach kleinere Kisten. Guck mal. Guck mal. Jetzt herflaxen, oder was? Guck mal. Du sollst die da rauflegen. Okay? So, pass auf. Machen wir anders. Machen wir einfach so. Bam! Bringt nichts. Gut. Gut, gut, gut. So. Bleib da. Bleib einfach da. Guck mal. Ihr seht, ich bin nicht für Jump'n'Runs gemacht. Und trotzdem krieg ich die Munition einfach, weil ich so cool bin. Da war ein Imp. Irgendwo. Wo bist du? Wuhu! Nein! Scheiße, scheiße, scheiße! Gott. Oh, fuck, noch mehr. Oh, ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Warum komm ich nicht raus? Ah, ich war hinter einem. Oh, ah. Ah, und ich weiß, was ich mach. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich schaff das noch, ich schaff das noch. Ich spiel sehr risikoreich. Und das auch noch auf Veteran. Na, Mensch. Wenn tot man nicht in die Hose geht. Wenn tot man nicht in die Hose geht, du. Noch einer. Na. Dass du das überlebst. Blitz. Geblitzt, Dingsbums. Lass mich durch. Ich will nicht die Tür öffnen. Da könnte was lauern. Und ich bin einfach mal so intelligent und speicher. Wo bist du? Da bist du! Und, da ist ein Fass, oder? Oh. Hab ich sehr früh gesehen. Deine Reflexe machen mich an. So. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Leck. 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 Fuck. 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 Schnell bewegt. Wow. Ja. Ich hab dich verarscht, ne? Such das Plasma, aber ich kann es nicht verfolgen. Was? Was geht denn? Nein. Ich hab mich selbst getötet. Oh nein. Mein erster Tod. Und ich bring mich selber um. Oh. Wie peinlich. Nein. Oh Mann. Glaub ich das. So. Nimm da das scheiß Medikit. Jetzt mach ich dich fertig. Du hast gar nicht so lange geklaut. Jetzt mal ohne Scheiß. Boah. Das war knapp. Das war knapp. So. Alles tot. Alles tot. Okay. Ja. Kommt. 32. Ich hab... Nein. Mir sind ja gerade meine, meine, meine Fraps abgekackt. Ja. Toll. Ähm. Egal. Also wir, wir sehen uns dann gleich im, 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 im nächsten Part. Irgendwie. Ich wollte nämlich gerade... Ach. Keine Ahnung. Ich freu mich auf jeden Fall hier jetzt mit, 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 ähm. So viel HP weiterzumachen. Bis dann.